Hallo zusammen! Nochmal. Hallo zusammen! Wer unser Minecraft-Together verfolgt, hat bestimmt auch mitgekriegt, dass wir gerne eine Bau- und Sortierschlampe hätten. Genau, das wäre doch cool. Ich wäre gerne meine Bauschlampe, aber das geht ja nicht. Jetzt könnt ihr euch bewerben. Schreibt einfach an bauschlampe-at-live.de Was euch erwartet. Selbstverständlich seid ihr im Together dabei. Seid für die Lagehaltung verantwortlich, für die Kistensortierung. Versorgt uns mit Nahrung und Baumaterialien, wenn wir es benötigen. Und hilft uns bei diversen Projekten. Wichtig, um mitzumachen, stehen alle Bedingungen nochmal auf meiner Seite gamiano.de Dort in den Artikelreihen einmal durchlesen und dann bewerbt euch auf die E-Mail-Adresse. Vielleicht bist auch du dabei im Recall. Vergesst bitte nicht, euren Namen, euren Minecraft-Namen, euer Alter und zu schreiben, warum ihr gerade dabei sein wollt. Dann kann auch nichts mehr schief gehen. Also viel Spaß. Tschööö. Und hier ist nochmal eine Zusammenfassung. Äh, 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 b-bauschlampe-at-bewerbung, äh, E-Mail. Jetzt! Fertig. Und alle anderen rutschen so, hä? Was? Was labert der da? Was? hake tengo dieads. Und alle anderen rutschen. Vielen Dank.